Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei ResentsRice. Neue Aufnahme, neues Projekt. Ups, falsche Taste. Ich war zwischen den Aufnahmen mal ein bisschen buddeln, habe dafür mir einen Stahlhammer gecraftet. Einfach ein bisschen die Ressourcen wieder auffrischen. Wie man sieht, ein bisschen mehr. Eisen allerdings ein bisschen weniger. Ich habe mir das mit den Sorting Chats nochmal angeguckt. Ja, also die vornherein voreingestellten Filter, also die hier oben bis, ja, Fuel, also All Fuel, All Plants und so weiter. Die scheinen halbwegs zu funktionieren, allerdings die auf den Tabs im Creative Mode basierenden Filter. Und auch die Filter, die man dann irgendwie darauf aufbauend selber machen kann, die wollen irgendwie gar nicht so. Also hier Quartz, Fluix, äh... Ich weiß gar nicht. Ich pack nochmal rein. Wollte der jetzt? Okay, der wollte. Aber... 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 eine Art... Ich habe einen Job nicht mehr, um Ressourcen zu sammeln. und zum beispiel man könnte auch sagen was für erz oder so baue nur holz ab wer das weiß ich also man kann ihn frei einstehen man könnte ihn glaube ich auch noch schneller machen energieeffizienter eisen zeug aber erstmal geht es ums haben gut um den herzustellen brauchen wir einen metallurgic infuser also vier eisen ein osmium zwei redstone und ein ofen na dann einmal den ofen ich brauche echt eine neue maus das alles mit früher später pc gebraucht einmal hin alles drin wo haben wir hier nein das ist was anderes ein elektrolyse gerät ach ich brauche zwei öfen schon wieder das gleiche hier wo kann man erst bei hirn klatschen braucht ihr natürlich noch struben hier kann der den schlucken 8000 af gut und dann brauchen wir noch was ein enrichment chamber ich glaube es war eine enrichment chamber spring mal um genau die dinge brauchen wir nämlich und es ist eine enrichment chamber gut das heißt wir brauchen aber erstmal die schaltkreise das ist redstone und osmium das ist mal ein tiefes brumm also mit mechanism könnte man dann auch noch eine fabrik bauen die den erz output ich meine bis zu verfünffacht fertig man muss halt das ganze nur bauen das hat dann echt was von der fabrik also richtig fabrik stahl wo haben wir denn hier das ordentliche rezept dafür ich brauche eisen und kohle kohle haben wir da auch irgendwo wo haben wir hier kohle nein, 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 was hier, hier ok, dann, wieviel brauchten wir erstmal ich glaube erstmal vier mal gucken was haben wir hier alles, reaktor, ach ja genau bei mechanismen kann man auch ein fusion reaktor bauen dort werden dann halt ich weiß gar nicht was da fusioniert wird ich glaube wie halt auch in der sonne das wasserstoff zu ähm links helium fusioniert wird kann auch sein dass da irgendwas anderes gemacht wird ach genau, woher zwei kohle pro ding ach ja das ist egal ich war auch ein bisschen rumwandern hier ist ein dorf hier ist ein dorf und hier ist ein dorf und die sind alle gar nicht mal so weit weg und ausgerechnet wir haben jetzt das kleinste naja allerdings wird das ganze dann ja noch ein bisschen schicker hier ist der anfang des ganzen und boah wird dann halt klein aber fein fertig, jawoll und nochmal durch ja das ist bestimmt nicht der letzte stadion den man herstellen muss allerdings durch die enrichment chamber die wir dann gleich haben wird das ganze etwas effizienter gemacht da man hier ja mal kohle redstone diamanten oder so ein zeug reinschmeißen muss und mit der enrichment chamber kann man dafür sorgen dass man dann aus ähm ja einem kohle entsprechend ein so ein zum beispiel kann man press carbon macht und das wäre dann so viel wert wie 10 kohle kostet halt einfach nur ein bisschen energie ist es wert meine ich gut und in den ofen ein tragbarer tank ok hm das hatte hier doch auch eigene energiekabel gut ach ja ist ein ingot landet dem zufolge gleich mal hier unten so dann craften wir mal ein bisschen wo haben wir enrichment chamber ah ja wo klatschen wir die hin ach erstmal hier hin ok scheint funktioniert zu haben jetzt ist die frage was brauchen wir alles für den digital miner wir brauchen teleporter wir brauchen ein weiteres steel casing wir brauchen logistike sorter und atomic alloy und ein robot der braucht refined obsidian wir brauchen obsidian haben wir obsidian wahrscheinlich nicht ach ja äh bei der tour die ich da gemacht habe habe ich entsprechend auch die kisten der dörfer geplündert das kam dabei raus habe ich alles in diese kiste gesammelt in die kiste gesammelt so und ja kann man ja später nochmal weg sortieren hier haben wir eine stable iron pants of flight aha allow sneaking on air wenn equipped mal ausprobieren auf der luft schleichen ha wie soll das gehen ah cool das hat was verbraucht sie sich dadurch nein cool ja das ist cool boah nehmen wir mal mit falls es mal runter fällt einfach schleichen ok dann brauchen wir aber schon mal hiervon so ein bisschen machen wir mal 10 ich glaube einmal wasser wäre nicht schlecht kann man mal runter zu irgendeinem lavasee und sonst ein bisschen obsidian machen da sind die schon natürlich nicht aber wie weit geht es hier nochmal runter gut gut also man sieht man auch ich war hier noch nicht alles geplündert ich war in einem anderen teil der höhle also die ganze die ganze höhle hier beziehungsweise das höhlensystem ist so zugeschissen mit den drohstoffen doch da haben wir auf jeden fall noch eine menge zu buddeln gut dann würde ich mal sagen hier ein bisschen platz schaffen so viel brauchten wir glaube ich auch gar nicht ach ja ja das dachte ich mir soll ja dann doch nicht kaputt gehen wenn man es gerade frisch abgebaut hat ja aber auch mit dem stahlhammer dauert das ewig vor allem wenn die maus währenddessen vergisst zu drücken ach ja das ist eine dieser mega spannenden szenen worüber kann man denn noch so reden ach ja in die nether äh geht es dann wahrscheinlich demnächst auch wenn wir hier schon mal obsidian haben aber erstmal dachte ich mir sollte man sich um die ressourcen dieser welt kümmern bevor man sich an die ressourcen einer anderen welt macht beziehungsweise die der unterwelt außer mir läuft die ja nicht weg wir haben jetzt mindestens neu würde die sich irgendwie mit acht blöcken die stunde bewegen na los gleich hast du es ok zwölf obsidian das soll oh 14 sollte für den anfang reichen da lang so jetzt die preisfrage gut den kann ich wieder mitnehmen ja hier muss unbedingt noch etwas besseres hin wobei wenn man dann den digital miner hat wird man wahrscheinlich eh nicht mehr wirklich nach hier unten gehen müssen ach naja vielleicht schüttelt man das ja auch einfach zu ok und oh es ist nacht gut nacht gut gut und